Hey Leute, ich bin Sven. Willkommen zu einer weiteren Folge. War auch hier zusammen mit dem Dr. Banks. Hallöchen. Wir joinen drauf. Oh Ben, da sehe ich einen Spielermann. Oh ja, Hallöchen. Alter, Ben, wie bist du denn ausgerüstet? Ich kill dich jetzt erstmal. Du kannst mich nicht killen, zum Glück, weil du willst mich insgesamt killen, Alter, mit zwei Hits. Okay Leute, wir sind Holly und Eason hinterher gejoint. Wir haben sie jetzt nicht gesniped oder so. Aber da wir absolut nicht wissen, was wir machen sollen, außer hoffen, dass jemand kämpfen möchte, und dann dachten wir uns schon immer den hinterher. Ben, wir machen jetzt erstmal hier ein paar Öfchen hin. Erstmal laufen wir zum Spawn, würde ich sagen. Zum Spawn. Ja, damit wir die sehen. Ja, meinst du, die sind beim Spawn, die sehen wir nicht beim Spawn, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wir warten hier erstmal ganz kurz, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, aber die nicht. Doch, doch, die haben auch noch ein bisschen Zeit. Die haben ein bisschen Zeit, du Ben, das sag ich dir jetzt so, wie es ist. Okay. Wir fragen einfach mal, fighten. Ich frage mal, okay? Jo, frag mal. Fighten. Ich hoffe, die antworten überhaupt. Wir haben doch einen Amboss, oder? Nee. Nein, wir haben gar nichts. Nee, nee, eben nicht. Ich habe zehn Eisen. Wie viel hast du? Ich habe so viel Eisen. Ich habe nur Eisenrüstung. Ja, also wir sind so gut, also ich bin so gut wie alleine hier, nur dass Ben neben mir steht. Da vorne ist nochmal ein Enderman. Der partet sich weg. Wie viel Eisen hattest du jetzt? Wir haben sehr viel, Ben. Ja, ja, dann lass mal ein Amboss machen. Ich würde mein Schwert gerne reparieren. Weil das hat nur Durability. Ach, klar, wir können uns einen machen. Ja, ja, eben. Lass mich noch ein Gold rausnehmen. Okay, hier. Kümmer du dich mal ums Eisen. Okay. Warte, lass mich noch drei für eine Achse oder so. Äh, 31 brauchen wir, ne? Ja, so, ähm. Ich habe zwei Eisenwaren. Okay. Ja, die antworten halt noch nicht mal. Wir haben halt auch wirklich, die waren zum Beispiel unter anderem, ähm, also das waren die unter anderem, die ich auch gefragt habe, aber auch keine Antwort bekommen. Ja, die, wo wir, also wir haben ja die, die, wo wir natürlich hundertprozentig safe sterben, haben wir natürlich nicht gefragt. Aber das ist halt nicht hundertprozentig, das, deswegen verstehe ich mich, warum wir nicht gehen. Ja, selbst da hätten sie übelst gute Chancen. Also ich meine, ich bin ja wirklich, wir haben das gerade auf Team Udia getestet, also vor zwei Tagen. Ich bin mit, also Phil hat mit seinem Equip gekämpft, ich habe mit meinem Equip gekämpft und er hat mit sieben Herzen gerottet. Also ich mache, also ich mache zwar Damage, aber ich bin halt mit drei Hits tot. Ja, wenn zwei, okay, ich habe zwei Äpfel, schon mal, ach du scheiße, nice. Wenn zwei Gegner auf dich einschlagen, du kannst nichts machen. Instant weg. Ja. Das wäre ein bisschen schade. Also eigentlich ist es halt schon nice, gegen uns zu fighten, aber irgendwie möchte trotzdem niemand. Das ist auch nicht, wieso, was die alle machen. Naja, schade, schade, Mann. So, dann mache ich mir nochmal gleich einen Goldapfel. Ich weiß nicht, ob ich den, ja, hm, keine Ahnung. Hm. Ja, aber ich meine, also wir hätten jetzt schon zum Spawn laufen sollen, vielleicht. Da ist Eisen, da ist der Reifen, so. So, dann nehme ich mir auch nochmal ein bisschen Eisen raus, für XP. Ich habe mal Ambos. Ja, nice, ja, nice. Soll ich den platzieren schon? Ja, mach das mal. Warte, da haben wir noch Eisen, aber ich muss auch Eisen, um mein Schwert zu reparieren. So. Jemand hat in die Kommentare geschrieben, ich weiß nicht, ob das in der Version funktioniert, oder ob das überhaupt funktioniert, dass wenn man zum Beispiel ein kaputtes Schwert mit Haltbarkeit eins reinlegt, dass es wieder, ne, also ein bisschen besser wird. Beziehungsweise fast wieder ganz voll. Ja, kannst du den mal hinstellen, oder? Achso, nee. Warte, wollen wir ein bisschen essen? Dann ist er ja damaged. Ganz ans bauen will ich halt auch nicht, je nachdem, ne? Ja, wir können ja kurz, also wir können ja kurz für Ende wieder weglaufen. Ich sage, sie werden da gleich gekickt, glaube ich. Ja, in ein paar Minuten. Also hier werden wir sie ja safe nicht sehen. Nee, das wäre zu nice, aber die antworten halt noch nicht mal, ne? Ja, das ist halt. Naja, schreib mal erstmal ein trauriges Smiling-Shit, weil ich jetzt traurig bin. Die Sache ist, wir wollen jetzt halt auch niemanden abfacken und sagen, weil die kämpfen, weil die kämpfen, weil die kämpfen, wenn sie sich nicht verabreden wollen, das ist ja auch cool, sollen sie ja machen. Ähm, aber wir sind jetzt halt in der Situation, Möglichkeit Nummer 1, wir können Dias-Farm für einen Enchater oder für eine Rüstung, was wir halt höchstwahrscheinlich nicht machen werden. Möglichkeit Nummer 2, gibt's nicht. Fighten. Ja, leider nicht. Also, wir können halt echt absolut gar nichts. Lass mal zum Spawn, oder? Ich meine, jetzt hier rumzustehen, ist ja echt ein bisschen... Ja, eigentlich schon. Aber ich will noch fertig braten ein bisschen, ne? Jetzt müssen wir alles mit Spawn auch, Digga. Die werden gleich gekickt. Bauen wir alles ab. Okay, dann gehen wir. Vielleicht finden wir den echt zufällig. Wie sehr, sind wir alles? Ja, ich hab... Ja, wir haben alles aufgesammelt. Man kann ja auch, wenn man sich nicht verabreden will, kein Problem. Aber man kann wenigstens zurückschreiben, Alter. Äh, warte, den Enderman, der portet sich ein bisschen, aber... Oh Mann. Da soll man nicht mich angehören. Warte, lass mich die Hühne am besten. Egal, du hast ja Verbrennung. So, komm, 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 komm. Jawoll. Ne Enderperle, ist ja nice. Wie viel hast du? Ich hab 5, Alter. Dann gib mir mal 2 oder 1 oder 2. Oh, eine, komm. Ne, wie viel hast du jetzt? Eine. Was? Ach, dein Inventar. Ja, die wurden ja gelöscht. Daher kann ich dir noch eine geben. Wie viel gibt es hier? So, wenn. Da liegt eine. Okay. So, ich weiß, nehme ich mal das Schwert. Okay. Du hast den Ambros mitgenommen, oder? Ja. Ich hab den ganz platziert. Ja, klar. Ja, das ist halt so die blöde Situation. Wir können... Wir könnten ja mal in die Kommentare schreiben, was wir machen könnten. Also, Levelfahren bringt nichts, weil wir haben keinen Charter. Das heißt, wir können eh nichts entscheiden. Zusammenlegen können wir auch nichts, weil wir haben nichts, was man zusammenlegen könnte. Wir können ja auch nichts verzaubern. Dias-Farm werden wir nicht machen, weil es wäre einfach lame. Also, vielleicht im Notfall, wenn wir wirklich gar nichts anderes zu tun haben. Ben, ja. Gegner verabreden... Ich laufe rechts lang, oder? Ja, ich laufe dir am besten nach vorne dahinter. Okay, ja. Gegner verabreden funktioniert nicht leider. Doch, wir haben einen, der Bock hat vielleicht bald. Muss mal gucken. Aber er ist sich nicht ganz sicher. Das heißt, das klappt auch nicht. Random Leuten über den Weg laufen kann klappen, aber können wir da nicht versprechen. Wir probieren es halt. Aber jemanden snipen können wir eigentlich auch nicht. Weil erstens ist eh niemand aktuell, glaube ich, jetzt noch. Und zweitens, selbst wenn jemand aktuell wäre, dann snipen die noch safe andere. Und auch wenn wir uns natürlich nicht vor einem Kampf drücken, aber gegen Leute mit, äh, gegen Zweierteam, was Schutz 4 Dia hat und Schärfe 5 und Power 5 Flamme oder so. Ja, da bin ich ja mit einem fucking Tod, Alter. Also, da ging, also, da zu kippen. Aber selbst auch bei schlechten, äh, schlechtem, äh, schlechterem Equip halt so, ist man schnell tot. Also, Ben ist so oder so schnell tot. Da muss ich halt sozusagen raushalten. Also, so Leute zu snipen und das Risiko, da ist halt ein krasses Risiko, dass dann auch andere Teams da am Start sind, die halt zu zweit sind. Oder das über OP-Equip haben. Äh, was wir ja leider auch hatten. Deswegen, hoffentlich finden wir die. Das wäre so nice, Alter. So. Oh, lol. Was? What the fuck, Alter? Hey, das hätten wir auch mal. Oh, Creeper. Aber so viel. Hä? Wie viel Wasser müssen wir haben? Da hat jemand erstmal eine Faction gebaut, Digga. Alter, hä? Aber wie viel Wasser müssen die da haben? Das muss, da muss doch jedes Mal Wasser platziert werden, oder? Ich weiß nicht, welche haben sie es auch so gemacht, dass ich... Alter, was ist das denn für ein Abfuck? Warte, lass mal ein bisschen Mobs farmen. So viele Level vielleicht. Falls wir doch noch einen Kampf gewinnen könnten, wenn wir im Game sind, dann weiter. Scheiße, ich habe mir mal ein Damage-Therz geschlagen. Oh, man. Dann können wir noch... Alter, das fuck das so hat ab. Dann können wir noch was Schönes im Amboss verzaubern. Wir hatten das gemacht, Alter. Das ist noch nicht online, oder? Ja. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ähm, ein paar stimmt... Hast du mir ein bisschen Gebratenes gegeben? Ich habe nur noch zwei gebraten. Was? Echt? Okay, hier. Also, ich habe noch viel ungebraten. Manche haben auch in die Kommentare geschrieben, ich weiß nicht, ich würde mich mal interessieren, am Spawn sind mega viele Bäume gewachsen, dass ich die gepflanzt habe. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ich das echt war oder nicht. Ja, weil ich mich schon mal gefragt habe. Aber ich habe mal Random Saplings platziert. Waren das wir? Also, war das ich? Kann sein. Kann das wirklich sein. Das waren meine Blöcke, glaube ich. Das kann sogar echt sein. Ähm, ja. Alter, irgendeine Werkbankarmee. Ach du Scheiße, save fallen. Ja, wir können nichts machen. Warte, da ist nochmal ein Anaman. Wir können ja Tiere töten. Wir sollten aber nicht ganz am Spawn sein. Mach mal eine Anapala. Die Rüstung wird halt am Arsch gehen, Alter. Vielleicht sind die ja in diesem Wasser-Teil. Ich meine, das ist nicht so unmöglich. Ja. Ich denke mal nicht. Ah, die sind gekickt, dann schon. Hm. Das war leider nichts. Ich habe jetzt schon wieder 20 Level und du, wurden deine Level auch entfernt? Nee, nee. Dann lass ein bisschen wegrennen, komm. Ja, ja, lass weglaufen und dann noch ein bisschen Braten. Ja, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, wir könnten theoretisch jetzt auch einen Zaubertisch schnell farmen. Aber das ist, na nee, nochmal in der Höhle und so. Ja, aber was wollen wir sonst machen? Also, ich habe einen Pfeil in meinem Kopf. Können wir eigentlich machen, ne? Können wir ja wirklich gar nichts machen. Siehst du auch den Pfeil in meinem Kopf? Ja. Nice. Okay, ja, ich würde sagen. Ein bisschen weiter vielleicht. Weiter, okay. Alright, alright. Aber, das, das tat weh. Alter, hier ist Fleisch. Nice, da waren die. Da hat irgendeiner ein Schaf getötet. Und ich war das auf jeden Fall nicht. Ja, und ein Schwein auch. Da war auch Schweinefleisch. Ob die hier waren? So. Na, ich weiß nicht. Man sieht halt auch allgemein das da für XP so. Ja, stimmt. Vielleicht kommen gerade am Waldesrand, vielleicht. Da ist eine Hexe. Können wir das noch machen? Da riecht es auch so. Ja, nicht auf der freien Fläche so einen Arm spawnen. Ja, ihr könnt ja auch mal. Ich meine, das geht jetzt vielleicht ein bisschen dumm. Aber da wir wirklich nicht wissen, was wir tun sollen, wenn es keinen Kampf geben. Also ich meine, es kann halt sein, dass es jetzt noch eine Folge oder so gibt, wo wir nicht fighten. Also wir versuchen halt alles. Und ich denke auch mal, dass es, also ich glaube nicht, dass es jetzt noch, ich glaube nicht, dass es jetzt noch, ich glaube nicht, dass es sich noch lang ziehen wird. Also es sterben schon viele jetzt aktuell und es gibt auch nicht mehr so viele und ich denke mal schon, dass es jetzt relativ schnell sich dezimieren wird. Vielleicht auch wir, keine Ahnung. Oh mein Gott. Deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt noch viele Folgen geben wird, wo wir jetzt nichts machen, wo wir nicht kämpfen. Aber falls doch, könnt ihr ja mal Challenges in die Kommentare schreiben, damit wir wenigstens wirklich irgendwas tun können, weil das, was du... Oh Mann. Weil sonst... Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist eine gute Challenge. Weil sonst, keine Ahnung. Wollen wir mal die... Ich habe echt eine Menge zum Braten. So. Wir müssen das hier ordentlich machen. Also die können wir hier stehen lassen. Ja, lass stehen einfach. Ich habe so viel. Hast du noch Gold? Nee, ne? Mach mal überall Kohle rein. Ich habe keinen. Ich habe nicht so viel Kohle. Was? Oh Mann. So, erstmal auch ein bisschen Fleisch braten. Da kommen wir das nochmal vielleicht raus. Machen wir das hier rein. Machen wir hier das... Ich habe halt schon viele Level, Mann. Ich könnte echt von als entschalten. Es ist halt vor allem auch bitter, dass der Inventar, die ihr uns... Beide Enchantment Tables, beide... Ja, das war... Das war das alles in die Kiste gelegt. Ah, Mann. Aber das kann man halt nicht wissen. So, das ist... Die Kiste ist am sichersten. Wenn man keine Steugs bekommt. So. Zombies! Was kann ich noch braten? Alter, ich gönne mir erstmal so viel Essen. So. Aber das geht halt echt schnell weg, Alter. Oh Mann. Ja, wir brauchen echt eine Menge Essen. Kohle. Ich habe hier noch einen. Alter, wie viel Ofen hier braten. Komm, ich stelle noch einen auf. Das snack ich hier mal ganz kurz mal. Dann mache ich das Fleisch rein. So, einen Apfel haben wir über. Ein Gold haben wir über. Wir brauchen unbedingt so ein Level-30er-Entscheidung. Dafür, ich habe halt 30 Level. Okay. Ich mache mir noch zwei Eimer. Oh ja, das ist eine gute Idee. Und ich mache zwei Lava-Eimer. Habe ich nicht hier gerade eine Werkbank platziert? Äh, egal. Und ich habe ja auch keine Eimer mehr. Gut, dass du das gesagt hast. Ja, ich habe noch Eisen übrig. Du? Ich habe... An wasereimer habe ich jetzt? Ich habe noch 13 Eisen im Inventar, beide wohl. Ja, ich habe noch 15 Eisen im Inventar. Okay. Ne, ich meine... Also gib mir nochmal drei, please. Warum? Dann kann ich mir noch einen potenziellen Lava-Eimer... So, ja. Vielleicht, ich such gerade mal ein bisschen, ob hier zufällig ein Lava-Se ist. Also ich mache erst mal Wasser rein, aber falls wir dann Lava finden... Alter, nice. Hier sind ein paar Schweine. So, nochmal eine Kuh-Tüche. So. Oh ja, doch. Das Essen ist... Soll ich mal gucken, ob ich mein Schwert reparieren kann? Ja, okay. Kannst du mal machen. Okay. Gut. So. Dann brauche ich Eisen. Hast du Eisen? Ja, warum? Achso, für ein Schwert. Ich habe Eisen zum Reparieren. Ja, hier bitte. Und ich habe nur... Wie viel habe ich denn geschnitten? Äh... Ach, zwei. Habe ich nicht gerade Eisen rausgenommen? Mit zwei? Wie viel Eisen hast du mir gedroppt? Zwei. So. Das ist ja nicht sehr viel. Hey, für ein Eisenschwert habe ich gedacht. Nein, ich muss das... Nein, ich repariere mein Schwert, indem ich Eisen reinlege. Das geht doch. Achso. Ich weiß nicht, ob das am klügsten ist, aber... Ja, kein Plan. Aber so viel Eisen haben wir auch nicht mehr. Vielleicht, falls es noch... Nee, geht das nicht mit... Ich muss das ja eigentlich komplett reparieren. Aber Hauptsache, dass es halt nicht mehr 86 WB-Left ist. Achso, ja, ja. Das geht doch auch mit Dias, ne? Das Dach dann... Naja, mit dem Dias-Schwert. Nice. So, ich guck mal. Geht das auch jetzt mit... Warte, wie viel ist das? Oh, kostet das viel, Alter. Noll, wenn du ein Heilbarkeitschwert hast... Ja. Habe ich sogar. Ja, das kostet 19 Level. Heilige Scheiße. Alter. Ja, 18 kostet so. Dann meins war wieder ganz, ne? Aber das lohnt sich nicht. Ah, da kann ich jetzt nichts mehr nehmen. Mein Schwert, das bleibt jetzt so. Ich muss meins aber reparieren, glaube ich. Soll ich 18 Level rausbauen? Wie viel Durability hast du? Das ist nix, Alter. 86. Das ist rot schon. Alter, echt? Ja. Oh, shit. Das hat rot gegeben schon. Ist halt... Ist halt Hälfte... Bei mir ist die Hälfte erst weg. Für wie viel Level machst du jetzt? 18. 18. Alter. Dann habe ich noch neun. Alter, hattest du so viele Level? Ja, 16. Achso, die wurden nicht resettet. Okay, nice. Komm, ich repariere das einfach. Weil, was soll ich jetzt mit dem Leveln sonst? Ja, wenn wir... Falls jemand killen, kannst du halt... Aber was machen wir? Ja, aber falls das einen Kampf aushält, Alter. Aber 86 sind ja 86 jetzt, oder? Ich weiß nicht genau, wie das gezählt wird. Ja, vielleicht sogar... Ich glaube sogar echt ein bisschen mehr, aber... Ja. Aber wenn ich es mit ein Eisen mache, kostet es halt auch schon 16. Aber wobei, du gehst ja auch nicht so heftig in Nahkampf, ne? So... Ja, komm. Kannst du mir noch mal Level brauchen? Wir haben noch genug Zeit, um die zu fahren. Ja. Übrigens, ich weiß nicht, darf man das mit dem Nether sagen, ja, ne? Also, ich denke mal schon. Ich weiß nicht. Also, die Info ist jetzt draußen. Ja, das ist ja eine ganz normale Info. Ja, sag's einfach. Ab über 20 Spielern wird das Nether, der Nether ausgeschaltet. Ja. Kann man nicht mehr in Nether schön ein bisschen farmen. Also, spätestens ab da wird es, glaube ich, nur noch zwei, drei Folgen geben. Dann sind alle tot. Weil, was willst du da... Weil, dann kannst du halt wirklich gar nichts mehr machen. Dann geht es allen Teams so wie uns jetzt gerade. Oh ja. Vielleicht noch ein bisschen was farmen an Skeletten. Oder Lava. Komm, lass echt noch Lava-See suchen. Kurz. Das ist schon heftig, Alter, aber... Wolltest du denn Amazon-Astronen oder willst du noch was machen? Äh, nee. Erstmal nix. Warte, jetzt sollen wir die Öfen mitnehmen, ja, ne? Auch das Kohle. Äh, die Kohle. Oh ja, okay. Ja, die sind ja alle durch. Okay, komm, das reicht. Ich nehme nur die Kohle raus. Ja, okay. So, mal ein bisschen nach vorne. Lass mal ein bisschen nach vorne. In die Richtung. Äh, Crafting-Banch brauchen wir nicht. Nee, ich mache die Kohle. Okay. Kohle, Kohle, Kohle. So, das ist noch mein Schwein. Okay. Ja. Ah, vielleicht gibt es hier noch ein Lava-See irgendwo. Wir sind, glaube ich, ein Lava-See vorbeigelaufen. Ich weiß nicht. Okay. Das war es jetzt zu dieser Barrow-Folge. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like. Da schaut auch bei Ben vorbei. Das war es für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und ciao. Haut rein.